Ich meine, was? Echt, jetzt was? Ja, ja, ja! Und ich habe mir überlegt, ob ich eine Neu-Zuweisung mache, weil Leblanc war eigentlich mal so ein Champ mal gekauft, aber ja, null Erfahrung damit. Und ich wollte, ja, nur das Problem ist, wenn ich so ein Champ habe und mache eine Neu-Zuweisung, da kommt meistens noch was Schlimmeres, also habe ich es mal gelassen. Das Problem ist, wir haben eine Jinx und eine Kayle als Gegner, oder eine Kaylee, oder sei umstritten, wie man das ausspricht. Das ist Kayle. Kayle. So. Ich lehne mich gerade auf meinen Stuhl zurück und ich habe die Befürchtung, wenn ich mich jetzt nach vorne lehne, dass der wieder Creech-Pino war. Okay, gut. Mach. Für die Zuschauer, mach. So, jetzt das Special bei Pony-Slay-Station. Zaelos quietsch in der Stuhl. Ach ja. Ich habe das natürlich noch betont extra langsam gemacht, dass er jahrlange quietscht. Naja, der Stuhl ist alt und quietscht und ist nervig und knaggert und alles mögliche, aber er ist bequem. Na, Hauptsache er ist bequem. Das ist die Hauptsache zum Zocken. So, jetzt ist die Frage bei Kogma, bei dem Bild von Kogma hier, ähm, kotzt, also hat er diese Sekrete gerade ausgespuckt oder trinkt er diese Sekrete? Das ist jetzt hier die Frage. Schreibt es in die Kommentare. Also ich würde sagen, er hat sie gerade ausgekotzt und will sie jetzt wieder trinken. Das ist so. Ich glaube, das ist sein Spell, wo er diese Schleimspur am Boden hinterlegt. Hinterlegt, ja. Schreibt es in die Kommentare und der mit der verrücktesten Idee bekommt irgendwie eine Belohnung. Ja, der bekommt dann die Auflösung zugesend, was das wirklich ist. Wir fragen da jetzt bei Riot nach und die sagen uns dann, was das sein soll. Und wir warten, und wir warten, ach. Es geht los! Was kann sie gleich nochmal? Ach ja, sie war das mit der Zugabe, die Spells noch, oh Gott. Das Zugabe, die habe ich ganz vergessen. 375 haben wir jetzt. Das ist hierfür zu wenig. Und hierfür zu wenig. So, jetzt schauen wir mal, was kann ich denn? Siegel der Busheit, yeah. Ich gebe es mir einfach auf. Mhm, mhm, Siegel der Busheit, das war die... Ach ja, das war das Sprung, genau, das war das. Ach ja, sie war der Jammter, wo er einfach überall reinspringen kann und er dann wieder zurückhöfen kann. Ah, warte, nur für die Zuschauer. Hä? Was? Das ist ne Kylie. Spring rein, komm, spring rein. Mist, ich hab's verkackt. So, 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 so. Und... Ja, und du hast jetzt irgendwas, was hat... Was war das? Kotze, 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 überall! Oh Gott, ich hab's... Na, so viel. Es giftet ja alles rum. Kotze, kotze, überall! Tschau! 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 Ist es jetzt kannst. Ist es sind auf unserer Seite? Ja. Verdammt, blöde Kette. Äh, ja, sind es sind auf unserer Seite. Das heißt, wenn sie uns nachrennen, dass wir ein bisschen blöde sind. Außer, der sind verkackt, dann natürlich nicht. Das ist ja total schön, wenn er eine Giftwolke hinterher zieht und die auch dann auch noch im Slome durchlaufen. Was habe ich da gerade schon? Nein! Ich bin vergiftet! Warum bekomme ich die ganze Zeit Schaden? Die Junge ist am Dauern schon. Ich weiß nicht, was. Ach, ich glaube, es ist wahr. Oh Gott, wir haben zwei EDC, das könnte böse enden. Du musst auch voll auf AP spielen, wir müssten das irgendwie mit dir ausgleichen. Ja, klar, vielleicht lässt ich jetzt weg. Ja, warum würde ich jetzt dann sparen? Oh mein Gott, was gebe ich jetzt? Abklingzeit, Mana-Kosten, Erhöhung, Schadenerhöhung. Okay, das hört sich gut an. Oh Gott, sie haben Morvik? Oder haben wir den Morvik? Wir haben Wasserwerk. Wasserwerk, yeah! Ach, meins, 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 meins. Ach, war das so viele Kindeswurz? Ach, ja! Meins, 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 meins. Ist es verwerflich, wenn man einen Flash raushaut, um einen Kill abzustarben, der sonst entgehen würde? Äh, kommt darauf an, war da noch Igneit drauf oder sonstige Fähigkeiten? Es war Igneit drauf, ja. Dann kommt es darauf an, ob das Igneit wirklich gekillt hätte oder ob es nur möglicherweise gekillt hätte. So quasi. Igneit hätte es auf keinen Fall mehr geschafft. Ich hab' grad so herbst mit diesem Check. Mein Farb! Hach, mein Farb! Man sieht die Checks, ganz ehrlich. Oh, Mann, ich hätte nur zuweißer nehmen sollen, ich kann mit dir überhaupt nicht umstehen. Aua! 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 Ja, ja! Kann ich Kater! Wer? Wääh! Hach, ich liebefather Guckmann! So und wir werden als allererstes Mal auf Damage Spezialität und dann auf Attack Speed. Wähääh! Ich wäre das Ersten... Oh oh, ich hab mich nicht ge rechargeet... ... och, ich hab' mir in 4. Find' wieder deine Statue, dummer Geist! Welcher Geist und welche Statue? Händler-Geist, Händler-Statue... die hinterlegen geist der handeln macht da unten ist halt so bläht doch noch gut ich komme nicht mal zu meinen Fehligkeiten so rauszuhauen wie ich sie brauche Nein! Scheiße! Was bist du vergessen? Nee, ich wurde geslowt Ach Mist, er ist unverwundbar! Ja, ähm, ja Geist an Autsch! Ach, jetzt wirds witzig Ich hab kein Mana mehr Ich hab Artillerie Hier kommt ein Check Da war ein Check Ich hab's gesehen Ich muss auf jeden Fall die Kette öffnen Ich glaub ich macht viel Schaden wenn ich sie auslaufen lassen kann Hier ist ein kleiner Guck mal Guck mal Guck Ah, ist der Busch gewartet? Geht das? Haben die tatsächlich so etwas? Aber wie ist das möglich? Und wieso? Und warum? Und weshalb? Und ja, wir suchen weitere gleichbedeutende Worte für warum Und weitere Synonyme Also bei uns lernt man Wollte ich nur mal so hin und gesagt haben Ist interessant Ich schaff da rein, ich schaff wieder raus Ich mach den hier Verdammt, abgefällig Wann hab ich das eigentlich? Mö 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 Kittische Treffer Kittische Treffer ist immer Kut Mö Liebeldaufbuch �도 Könnte noch kurz was killen holes Stage Caroline Moment? Ich glaub Minimal's besiegen Ähm Nö Ich hab grad äh, ja... Nächstes Mal Infinity Edge! Nächstes Mal tot! So, MF. Mach dein Luv aus Carry, äh... Voll an! Ich brauch irgendwas, was nicht weggerannt ist. Nein! Ja, Tabi. Ich hab' schon wieder so schön im... Ich hab' schon so schöne... Ich hab' schon so schöne... Gehen mir richtig aus den Facken! Check's um die... Äh... Dings... Der blinde... Die fokussen mich! Äh, wir müssen wieder ein bisschen mehr... We have late game! Äh, ja... Ich hab' ich jetzt so weit falsch geschrieben... So! Kannst du schon ein bisschen besser mit ihr spielen? Ne, werd' ich auch nicht! Okay, das ist nicht schlecht! Das heißt, ich kann mich nicht mit dir irgendwie zusammentun, dass wir was gemeinsam... Ich find' die unpassend und dahingehend... Dass ich meine Kette habe, die Schaden machen würde... Wenn ich da stehen bleiben würde, wo ich... Äh, die Verbindung hatte mit den Champs! Das Problem dabei ist, wenn der Champs wegrennt... Und die anderen Champs irgendwie alle... Äh, sie ist ziemlich gut eigentlich... Nein! Die Kette hätte treffen müssen, die Kette... Der einzige Nachteil aber bei ihr ist, die macht kaum Attack Damage... Also... Ja, es ist ja auch ein AP-Jam! Ja, es gibt AP-Gams, die machen Attack Damage! Ah! 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 Meins! Hihihi! Hihihi! Poke! Ich find' das immer verliebt... Weil du dich einfach überall rein kannst und, äh, mal schnell poken kannst... Und, äh, ja... Dann ganz einfach raus kannst... Außer du bist in der... Zwei Sekunden, wo du nicht drin... Äh, wo du drin bist, grad noch geflogen... Das ist dann so das, äh... Das Problem zu uns... Ja... Moment! Moment! Da wär' ein... Ist da wär' ein Busch oder wahr wäre... Ich könnte einfach in Busch rein... Artillerien, dann würden wir sehen... Ja, dann Artillerie doch mal rein... Ich dachte schon, jetzt wär' ich schon wieder fällig hier... Au! Ich soll mal auch mit den blöden... Pinten... Strahl da rein zu ballern... Mann, 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 Mann und so auch den Tauern brauchen alle Gold hey auch selbst es ist ein Stück ab ich dachte der Aufmerkauf ich habe ein extra zu so gecastet dass die Prozent direkt rein neu weil immer super la super la super la super warte weil du scheiße manches kann Ah, ich hasse diesen Spell schon hier! Ich geh jetzt mal her! Jetzt habe ich den Marsal gekippt, ja ganz toll! Warum war ich da kurz kaputt alles rot? Nein! Und warum habe ich momentan so überhaupt keine Ahnung, was mir abgeht? Ja klar, ich treffe jetzt überhaupt nicht mehr! Zinscht! Jetzt geht's ab! Ein Gegner wurde getötet! Bobby, go! Go! Ja! Das war jetzt aber schon ein bisschen gecheatet, hey! Das Ding spawnt genau, wenn er grad drüber rennt! Ah, obwohl ich will grad mal kurz sterben, kann ich? Nein! Doch, ich will jetzt sterben! Lass dich ja nicht hitten! Ich versuch's! Hattest du Glück, dass Jinx so... Ja, klick auf! Ja, ich bin extra hin und her gerannt, dass ich schnell sterbe! Ja, ich muss mir... Ich muss das abstimmen mit dem Rest von der Gruppe, weißt du? Ich darf ja nicht sterben, wenn grad was wichtiges ist, deswegen... Da ja grad alle weg waren und... Ich hab grad gedacht, und der Tower steht sowieso noch gut da, kann ich noch nicht sterben! Das ist beim Adam überlegen, es notwendig, dass man einfach mal stirbt, ohne Kölze zu vergeben! Aber die Verhältnisse finde ich da... Boah, nice, äh, sinched! Ich kann mir was gelennen, doch ich kann nichts machen... Und ich verlochen! Niedelmann! Maus, hör auf damit! Die Jinx ist mir zu schnell, da komm ich nicht nach! Der Blank ist ne alte... Maus! Aus! Hashtag Maus aus! Jetzt haben wir was! Oder böses Maus, wär auch mal... Nein! Ich darf mich nicht wieder von mir helfen! Böööö... Nein! Warum bin ich jetzt Gott gleich? Ich wollte sie nur nur Ketten... Boah! Schön! Sehr schön! Da gibt's auch ein bisschen was mit mehr Rüstung, so Angriffsschaden... Ne, sieht nicht so toll aus... Und wie sieht sie zum Kleben aus... Ne, bleib einfach mal auf den normalen Sachen... So wie, äh... Das können wir uns auch nur reinfotzen, hier so... Reinfotzen, yeah! Zailo, pass auf! Lauf, Zailo, lauf! Nein, nein, nein! Oh, ach, ach, ach! Das macht ihr auch allein! Ah, warte mal jetzt! Nein! Siehst du dieses kleine Kugelchen da bei mir? Ja, ich weiß auch, was es heißt! Das heißt, hier gibt's kleine tote MF! Ich würd mir auch noch ge... Was auch nicht? Für so'n Adam wär'n Timo! Einfach mal unsichtbar sein, überall Töne zu setzen! Und dann irgendwo warten! Einfach nur warten! Mann, ich hätte schwören können, da war jetzt wer... ...und dann raus! Ach, ich mach's nicht einfach mal! Wir bräuchten nen Tank, das wär echt super! Wir haben nen Tank! Warwick spielt Tank! Jaja, ich merk's! Er tankst zwar nicht, aber er hat nen Tankgebild! Ah, dieses... ...die hier einfach alles raus... ...ballert! Jetzt wieder unsicht, unverwunschbar! Ja, klar, Kai! Nein! Ich hab'n noch zu ihm nachgegangen! Ja! Ich kann's jetzt zwar nicht spielen, aber irgendwie... Oh! Wir haben keinen Tank! Nein, 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 nein! Ich geh' da jetzt nicht, eigentlich in den... Ich wollt' mich dann selber umbringen lassen, aber ok! Ich will die keine Ketten, geht das nicht? Ne So dass ich Kette und dann aushärte, wenn ich vom Tower bin, das nicht Auf Gottes Nein Naja, da kannst du nicht was los Oh Gott, ich schau mal auf Nein, ich hab so So knapp So close So fucking close So fucking close Bevor es unser Gegner bekommt Huch, da wedelt ja was Huch, ist das schön Die waren scheiße Ganz gäh Alter Ja Ja Nein, Saelo wurde terminiert Ja Ein gewisses Äh Gewisses Dings Ich will jetzt mal, ich weiß gar keinen Namen, ich will Ein gewisser Synchip Hat mir grad Checks direkt vor die Fluse getrotzt Und das war nicht grad angenehm Was brauch ich für Hauerglas? Genau das Hauerglas Und so, aha Und ich hab so ein Ding hier gespart Ich spare auch den hier Und wir könnten Dorans in dem Fall kaufen Und wir könnten Dorans in dem Fall kaufen Wir bräuchten dringend Einen Tank Ich fühl mich nicht angesprochen Gut Gut Ich hab grad dafür gesagt, dass ich noch mehr LP hab Auch wenn ich nur scheiß damit mache Aber ich hab LP Das ist richtig Jetzt kann ich so richtig mal kurz poken Und dann schaden machen Äh, ja Wenn zwei Leute rein springen, fällt sich der dritt Und ich bin grad nicht da Ja Ich glaub ich hab das erste Mal sinnvoll mit der Kette gearbeitet Okay, die random Ults Ja Doch schön Lass sie doch Stat-Hex Ja, ich glaub jetzt können wir wieder auf Angriff Ja Ja, ja Jetzt können wir wieder auf Schaden lassen Warum gehen wir eigentlich auf die Versand und nicht auf die Tower? Keiner aber Warum sch- Er steht da hinten und lässt sich Und wartet Ach ja Da ist ein Hex Ich weiß genau was dieser Hex grad vorhat Ja und er hat's grad äh doch nicht ausgeführt Ja Ich wusste es Warte, warte ich bin gleich da Moment, ich warte jetzt nur bis aus dem Busch rauskommen Hex Nein, ich hab dich ready Ja, zu greedy Ja, zu greedy Äh Äh Ach, das ist nur da Was hat mich da ungefähr unter 15 Sekunden gestunt Ah, ist das schön wenn man so viel Rage hat Ich hätte den S-Wild verdient Also ich hätte in dieser S-Wild gespielt oder sowas Abstand Dass wenn duANG Please, wie können wir Nicht Kannste ehrlich Wir sind doch schon viel zu imbar und so Das war's Ne Auch wenn der Sinchklerb den Endtower da gekriegt hat, aber okay. Warte, ich will auch aufs Foto, ich will auch aufs Foto. Ich hab den Twitch, habe, ist der zu? Ja, Gott, ich dachte jetzt schon, hä, hat die denn doch nicht am Twitch? Da liegt der hier, liegt unser Jinx. Okay, also ich zu 11.4. Oh, ich kann nicht mal den Riss machen. Ich kann gar nichts machen, das ist so scheiße. Juhu! Hilfe, Hilfe! Pingpong Champion 2014. Ah, so knapp. Und ich lebe noch, das ist ein Wunder. Und ich kann, äh, ich hab meine Nomnomnom-Kläge. So knapp, so knapp. Ich hab nicht genug Mana dafür. Ich könnte jetzt hintergehen und Nomnomnom machen, wenn ich genug Mana. Nein, so knapp. Pass auf, pass auf, Frau. Ich war gestern, ich hätte so viel von mir zu machen können. Du hättest ja weglaufen können. Ja. Gestern. Sechst nicht, heck. Und ohne Leben, hier drin ist das so ein bisschen blöd. Magie-Resistenz wäre was. Ich hab grad kein Geld dafür. Oh, sie verkaufen, doderns Ring. Hab ich immer noch kein Geld für. Hab ich nur noch sonst verkauft. Alter. Äh, hör mal. Nein, so knapp. Ja, toll. Ah, ich kann mich nicht sagen. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ja, Rangers haben sie in dem Ding wirklich einfach. Aaaaaaah Oh, da musst du es holen Ich bin nicht zugekommen mit irgendwas zum Dom 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 Meins! 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 Ja! Aaaaaaah Ach, macht das Spaß! Ich brauch jetzt mal was zum Dom Dom Dom, ich komme nicht hin Der brennt wäre ein wunderschönes Ziel, aber... Boah, die sind alle tot, die sind alle fast tot Hier, bei uns auch auf Was? Was? Ja! Alter, 19, 5 hast du ne Vogel Ich find's schön Ja... Ja... Äh... Rüstung... Rüstung... Mörner... Achtung Zeit Klingeln... Mörner, Rüstung, Achtung Zeit Das sind so paar Leute, die... Nrr.... Das sind so viele Alter... Der Schrei... Äh, krieg, glaub ich, den Einhaut klatschen, das halbe Leben auf gezogen folgendes wenn du es dann werde ich genau da eine artillerie rein hause blöder war das was wir doch mal in ruhe verdammte scherz 3 oder sind doch nicht gleich was sollten das eigentlich ich meine echt jetzt was ja 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 super die weißen Dann gehen sie nicht rein. Also mit dem Varus ist das unmöglich, der knallt da hinten den Damage raus Und wenn es den einmal angekippt ist, dann ist er weg Weil er alle zwei Händen kein Flash-Ready hat Mann, ich wollte noch einen Doppel Das war's Das war's